Heute zu Gast ist Creative Strategist von WeCreate, Christine Gasker. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass die Performance der Videos nach den Staffeln hochging bei den Bewohnern. Was man auch gesehen hat, ist dadurch, dass sie ja verschiedene Kooperationen gemacht haben, dass sie verschiedene Content-Formate gemacht haben, sich anders gezeigt haben, war das auch plötzlich spannend für andere Kooperationspartner, weil die gesehen haben, ah, der Creator kann ja auch noch das und es gab ja auch viele mediale Aufmerksamkeit über dieses Projekt. Das heißt, die sind auch in den Vordergrund gerückt, wodurch und dann auch noch ihre YouTube-Shorts, Accounts, die dann halt gewachsen sind. Einige haben eben diesen silbernen Play-Button bekommen und so. Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftlich-Versicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Mediehaftlich von Exali. Damit bist du bei Urheberesverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali-Berufshaftlich-Versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com-Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. TikTok, Reels, Shorts. Das 9-zu-16-Video-Format ist plattformübergreifend angekommen. Influencerinnen und Content-Creatorinnen, die in der Vergangenheit mit Bildern und Videos im Queer-Format ihre Reichweiten aufgebaut haben, kommen nicht drumherum, auf das Hochformat umzusteigen. Doch wie macht man das und was macht ein gutes 9-zu-16-Video aus? Kann man dasselbe Video auf allen Plattformen teilen und darauf hoffen, dass es überall durch die Decke geht? Antworten darauf kennt Kirstin Gaskar, die heute mit uns ihr Know-how teilt. Sie ist Creative Strategist bei WeCreate. Falls eine von euch von der Agentur, das zugleich Influencer-Management ist, noch nicht gehört hat, es handelt sich dabei um die wahrscheinlich erfolgreichste Agentur für 9-zu-16-Videos im deutschsprachigen Raum. Herr Anwalt, Nadine Brüthi, das ist Jay und viele andere bekannte Künstlerinnen stehen bei WeCreate unter Vertrag. Doch nun rein ins Gespräch. Hi und willkommen im Influencer-Podcast, liebe Kirstin. Hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich ebenso riesig, dass du zugesagt hast. Das wird jetzt ein spannender Weg durch das 9-zu-16-Format und auch ein bisschen werden wir über euch bei WeCreate erfahren. Bist du als Creative Strategist auf Kundenseite, sprich für die kreative Umsetzung von Werbemitteln zuständig oder berätst du auch die Influencerinnen, die ihr im Management habt? Ich persönlich arbeite vor allem in der Beratung und in dem Agenturteil. Wir haben ja verschiedene Departments, unter anderem eben ein Artist-Management und eben die Agentur oder Agenturleistung. Und meine Hauptzeit oder der Löwenanteil geht auf jeden Fall in die Beratung. Das heißt Consulting, Workshops, klassische Beratung, kreative Kampagnen, Planung. Seltener tatsächlich die kreative Umsetzung selbst. Okay. In der Agentur also wirklich eher so auf konzeptioneller Ebene. Und ab und zu kommt es aber trotzdem vor, dass ich mit unseren Creators zusammensitze und auch einfach mal kreativ brainstorme. Was kann man denn eigentlich machen? Wo geht es quasi mit ihnen kreativ in der Reise hin? Aber das ist eher Aufgabe von unseren Artist-Managern. Okay, alles klar. Wie bist du denn eigentlich zu Content Creation und WeCreate gekommen? Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also Content Creation selbst interessiert mich schon lange. Also meine ersten Videos habe ich auf dem Gymnasium geschnitten. Okay. Damals freizeitlich. Damals noch mit Windows Movie Maker. Okay. Also die ganz groben Anfänge. Und habe mich dann während des Studiums mit Videoschnitt am Smartphone beschäftigt. Habe da Workshops besucht. Habe dann irgendwann selber Workshops mitgehalten. Und ganz viel 9 zu 16 Content eingesaugt. Auch durch Freunde bin ich auf TikTok aufmerksam geworden. Damals noch so Anfang 2019. Also noch vor dem großen Boom. Ja. Und habe immer mehr erfahren und wollte dann mehr wissen, bis ich durch Zufall dann einen Podcast gehört habe mit Sarah Emmerich und Adil. Und irgendwann sind wir aufeinander zugegangen und wollten dann zusammenarbeiten. Und so bin ich irgendwie bei Recreate gelandet und viel mehr in das Thema TikTok und 9 zu 16 Content reingerutscht. Okay. Also du bist auf Adil zugegangen oder auf Sarah? Haha. Ich habe es so gemacht, dass ich, wir kennen ja diese tolle Funktion von Stories. Und wo man sich taggen kann und das reposten kann. Und ich habe dann erstmal Adil, könnte man so auf gut Deutsch sagen, gestalkt, geguckt, was der so macht. Und habe dann einen Vortrag von ihm gehört und habe das gerepostet auf meiner Insta-Story. Und ich wusste, der wird ja wahrscheinlich jetzt erstmal meine Insta-Story checken. Und habe daweile ganz viele Tipps hochgeladen zum 9 zu 16 Content. Und mich sozusagen als Expertin positionieren wollen. Und er so, hey, das ist aber interessant, was du da machst. Lass mal sprechen. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, so, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe dann gesagt, was macht ihr denn Schönes? Und dann habe ich sie besucht, damals noch im Wiener Büro. Und dann haben wir gemerkt, das passt. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Das heißt, deine Bewerbung hast du über die Stories vorgenommen? Wow. Quasi. Ich habe keine Bewerbung geschrieben. Die Bewerbung kam selber. Ja, das meine ich also indirekt. Ja, genau, genau. Wow. Hey, da kann man sich echt Gutes von dir abschauen. Mega. Was für eine coole Geschichte. Voll coole Geschichte. Und jetzt bin ich auch noch mit Sarah befreundet. Und auch, ja, kenne sie auch ganz gut. Und das ist immer so eine lustige Geschichte quasi, die ich immer ganz gerne erzähle. Ja, die Sarah war auch schon in unserem Podcast. Sie war eine von unseren allerersten Gästen. Ja, habe ich gesehen. Genau. Genau, genau. Okay. Und wie lange bist du jetzt schon bei Recreate? Ähm, mit Recreate zusammen, ich glaube, der Besuch damals im Wiener Büro, wo wir gestartet haben, war im Mai, Juni 2020. Okay. Also schon gute zwei, zweieinhalb Jahre jetzt. Okay, super, super. Und dann warst du von Anfang an für die Unternehmen zuständig in der Beratung? Ne, also wir haben uns ja auch ein bisschen entwickelt. Wir haben gestartet mit einem Influencer-Marketing-Tool, nennt sich InfluData, damals eben in Wien, wo man eben Content-Creator, Influencer scannen konnte, damals für Instagram. Und dann waren wir auch meines Wissens die Ersten, die TikToker gescannt haben, ne? Also wo man einfach wirklich Daten anschauen konnte. Und darüber haben wir dann erfahren, wer quasi durch die Decke geht, wer so die Hidden Champions sind. Und die haben wir dann angefangen zu signen. Und dadurch haben wir den Kontakt zu Unternehmen aufgebaut und daraus hat sich die Agentur entwickelt. Das heißt, ich bin eigentlich noch zu einem Zeitpunkt gekommen, wo sich gerade dieses Artist-Management aufgebaut hat, wo wir, glaube ich, ein oder zwei Creator erst hatten. Oder drei und bin da mit gestartet, bin also von der Creator-Seite gekommen, habe selber auch Content gemacht damals auf dem TikTok-Bibel-Account. Den gibt es auch noch mit, ich glaube, so zwölf Videos oder so. Und dann bin ich relativ schnell auf einen Kunden aufgesprungen. Das war dann so unser erster Agenturkunde. Und dann ging es eigentlich volle Fahrt voraus, habe die Agentur mit einer Kollegin aufgebaut und den kreativen Teil abgebildet. Und dann bin ich da eben, habe das abgegeben und habe mich dann eher darauf fokussiert, wie muss man eigentlich als Brand agieren und wie muss man das strategisch angehen, um einen entsprechenden Effekt auf TikTok zu haben. Später kamen dann eben YouTube-Shorts und Insta-Reels dazu und alle anderen Plattformen und dann hat man sich da irgendwie so, ja, vorangetastet. Okay, okay, prima. Stimmt es, dass ihr, also WeCreate, einen wichtigen Teil dazu beigetragen habt, YouTube-Shorts im deutschsprachigen Raum salonfähig zu machen? Das ist natürlich ein Riesenwort, salonfähig zu machen. Also sprich, ich sag mal, so richtig bekannt und dass ihr das Format auch mit etabliert habt über YouTube. Also vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Shorts selber wurde ja von YouTube mit einer großen Kick-Off-Kampagne in YouTube selber promotet. Und um die 1916-Creator darauf aufmerksam zu machen, die halt vor allem auch TikTok waren und auch zu begeistern, haben wir eben das 1916-Haus ins Leben gerufen, unter anderem. Das heißt, mehrere Creator sind auf einer Villa auf Ibiza mit eben verschiedenen Gästen und exklusiven Content gab es dann auf YouTube-Shorts. Und davon gab es dann eine Staffel, die erste in 2021. Ja. Und diese, also ja, da gab es dann verschiedene Erfolgsgeschichten. Sagen wir mal, 100.000 Subscriber, da kriegt man ja so einen silbernen Play-Button. Ja. Das haben ein paar Creator dann erhalten. Nadine Breedy, sogar eine Million Subscriber durch ihre YouTube-Shorts innerhalb von einem halben Jahr. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, nicht einmalig. Und das spricht sich natürlich rum, sodass viele andere Creator eben auch den Schritt gegangen sind, auf YouTube zu gehen. Und auch auf YouTube selber machen unsere, einige unserer Haus-Creator dann auch, haben den Schritt zu Long-Time-Videos gewagt, also quasi dem klassischen Format auf YouTube. Ja. Und wir sind einfach froh, dass wir diesen Schritt supporten konnten und damit mitgeholfen haben. Aber dadurch haben wir als WeCreate eher auch für die User sozusagen sie supportet, dass sie ihre Lieblings-Creator jetzt auch auf Shorts verfolgen können, Zugang zu exklusiven Content haben, wenn sie eben auf Long-Form umgestiegen sind. Also dabei haben wir auf jeden Fall mitgeholfen. Ob wir das jetzt schon so als salonfähig machen, deklarieren dürfen, das weiß ich nicht. Da würde ich mich ein bisschen vorsichtig halten, aber wir haben auf jeden Fall dabei geholfen, dass Creator auch den Schritt auf YouTube gemacht haben und sich dort eben Shorts zu einem eigenen Format für sich aneignen konnten. Okay, okay, alles klar. Dein Kollege Marco hat mir verraten, dass ihr 2021 den German Brand Award gewonnen habt. Wie kam das und wofür denn? Ja, very proud moment und es ist schön, dass du genau das ansprichst, weil das eine Kampagne war, wo ich auch mit dran beteiligt war. Das ist für den Kunden der Tour gewesen, für die Kampagne der Tour gönnt Urlaub, auch aus dem gleichnamigen Hashtag. Es ist die erste und bis heute viralste TikTok-Kampagne meines Wissens von einem Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im Dachraum. Und das Ziel war da, der Tour als Reiseveranstalter bei der Gen Z zu positionieren. Also wirklich zu sagen, hey, wir sind ein cooler, junger Reiseveranstalter, wir verstehen euch, wir sind auf eurer Augenhöhe. Und über diesen Hashtag, der Tour gönnt Urlaub, riefen vier große, reichweitenstarke Creator in Deutschland auf. Darunter zum Beispiel auch Rick Asers oder Younes Zaru, die riefen dazu auf, dass ihre Community sozusagen diese Vorfreude auf den ersten Urlaub nach dem Lockdown in einem Video zeigen sollten. Das ist gar nicht so einfach. Wir müssen uns vorstellen, wir waren in einer Zeit, 20, wann war das? 2021, genau Anfang des Jahres, noch mitten im Lockdown quasi, die User zu animieren, über Urlaub nachzudenken, wo ja auch viel Shitstorm-Potenzial mit dabei war. Wie animiert man die, um wirklich diese Sehnsucht auch, sag ich mal, anzugreifen oder zu berühren? Und das Ergebnis ist super toll gewesen, über 10 Millionen Views. Und das ist auch natürlich eine große Hürde, dass Zuschauer auch tatsächlich ein Video einreichen, ein ganzes Video machen und hochladen. Dafür müssen sie einen Account haben, das Video sehen, müssen schneiden, selber vor dem Video. Also das ist wahnsinnig viel Aufwand und dafür haben wir rund 70, glaube ich, über 70 Video-Einreichungen gehabt aus der Community, was wirklich viel ist. Und dafür gab es eben den German Brand Award. So eine schwere Herausforderung und trotzdem so einen krassen Impact. Cool. Das ist natürlich schön. Okay, also Glückwunsch dazu. Und wo mussten die Nutzer das Video hochladen? Auf der Dertour-Webseite oder auf TikTok? Auf TikTok unter dem Hashtag. Das heißt, es kann auch sein, also die meisten haben es genau richtig gemacht, Hashtag und Dertour auch getaggt und adressiert. Es kann natürlich sein, dass uns ein, zwei Videos durch die Lappen gegangen sind, wenn der Hashtag halt nicht aufrufbar war oder Dertour nicht getaggt war, weil wir dann natürlich die Videos nicht sehen. Aber das, was wir sehen konnten oder die, sag ich mal, die gültigen Bewerbungen waren über 70, ich glaube 77, 78 Video-Einreichungen. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Lass uns mal über das 9 zu 16 Haus sprechen, weil das ja ein besonderes Format ist. Und im Prinzip habt ihr mit dem 9 zu 16 Haus das Hochkantformat gepusht, auch auf YouTube, wie du es ja vorhin gesagt hast. Und die Zuhörerinnen, die zu GenZ angehören, die werden das Format kennen. Alle anderen darüber hinaus vielleicht. Aber gleich werden sie mehr davon erfahren. Mich würde jetzt das Erfolgsgeheimnis, dieses Konzept interessieren. Beschreib mal noch mal kurz, was das 9 zu 16 Haus ist, für die, die es noch nicht kennen und warum das Format so erfolgreich ist. Also es werden ja bestimmte Anzahl an Creator quasi, gehen zusammen für eine Staffel, kann man sich vorstellen wie so eine Netflix-Staffel, werden nach Ibiza eingeladen in Villa. Das war sozusagen der Ort, wo sie zusammen Content erstellt haben. Und da gab es bisher drei Staffeln, drei Staffeln auch mit YouTubes. Staffel 1 mit YouTube Shorts und Staffel 2 und 3 Presented by YouTube Shorts. Das heißt, Staffel 1 war nochmal ein bisschen eine andere Funktionsweise. Dort haben wir die Creator zusammengefunden und es gab immer verschiedene Gäste, die verschiedene Themen mitgebracht haben. Zum Beispiel Viktoria Janke, die über sexuelle Gewalt gesprochen hat und den Weißen Ring. Alex-Maria Peter, die über Genderless Clothing gesprochen hat. Ikke Hüftgold hat das Thema Fake News mitgebracht. Also man hört schon, das sind so Themen, die natürlich auch Gen Z relevant sind oder die halt auch wichtig sind für diese Altersgruppe und für die wir eben auch Awareness aufbauen wollten und zeigen wollten, weil eben die Creator eine entsprechende Reichweite haben. Zugleich ist das Prinzip natürlich auch, die Creator sind dort vor Ort, können das für ihre eigenen Accounts nutzen. Gehen aber auch auf YouTube Shorts, haben sich dort eben ihren Kanal aufgebaut und das 9 zu 16 Haus ist sozusagen ein Kanal für alle Creator für jede Staffel. Das heißt, dort konnte ich verfolgen als User, also die jeweiligen Staffeln und wer ist denn eigentlich gerade da und welchen Content produzieren die da. Und dann konnte man eben, hatte man Einsicht so ein bisschen auf deren Leben. Man hat gesehen, die haben dann zusammen Videos aufgenommen. Man hat dann gesehen, wie kreativ die gemeinsam waren. Und dann eben auf YouTube Shorts die Besonderheit, dass man so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content bekommen hat. Oder was heißt ein bisschen, viel Behind-the-Scenes-Content. Das war natürlich cool für die User, die sagen, das ist jetzt mein Lieblings-Creator zum Beispiel und den möchte ich verfolgen. Und ich sehe halt exklusiven Content eben auch auf YouTube Shorts. Und deswegen mache ich mir zum Beispiel auch einen YouTube Shorts-Kanal oder schaue dort einfach viel Content an, kann vielleicht auch, habe vielleicht mehr Infos als mein, keine Ahnung, Klassenkamerad oder meine Klassenkameradin, weil ich eben auf YouTube auch noch dabei war. Und dann habe ich halt eben diese Infos, was passiert eigentlich den ganzen Tag über bei meinem Lieblings-Creator. Und in Staffel 2 war das ganz ähnlich, das Prinzip. Da haben wir aber andere Gäste gehabt, da haben wir vor allem Creator-Gäste gehabt, wie Jonas Ems, Hero, was damals die Lochis waren. Oder auch andere TikTok-Creator wie Dylan, Eduard, Chana und einem Zuckerpuppe, den muss man jetzt nicht kennen, aber wenn man im Creator-Umfeld ist, da hat man die Namen zumindest mal gehört. Genau, also die leben zusammen in der Villa, dokumentieren ihren Alltag auf ihren eigenen Kanälen, auf dem Hauskanal. Und warum ist das so erfolgreich? Das hast du ja auch gefragt. Weil eben sich verschiedene Creator mit verschiedenen Audiences und verschiedenen Interessen treffen, die sich auf diesem Kanal mischen. Das heißt, Fans haben wirklich die Möglichkeit, an ihrem Leben teilzuhaben. Das kennen wir eben von Instagram-Stories schon sehr stark, um da halt wirklich einen Einblick zu geben. Und jetzt gibt es das halt im 9-zu-16-Format mit Videos, mit Trend-Videos, mit eigenausgedachten Challenges. Und ja, da hat man nochmal einen ganz anderen Einblick auf seine Creator oder findet vielleicht auch andere Creator, die man spannend findet. Genau. Und Staffel 2, da war es ein bisschen anders. Da ging es auch um den neuen Star, den 9-zu-16-Star. Man kann sich das vorstellen wie eine Castingshow, bei der es eben Challenges und Aufgaben gibt. Und konnte man sich quasi als, du und ich könnten uns da jetzt bewerben unter dem Hashtag 9-zu-16-Star auf YouTube-Shorts. Dann laden wir da sozusagen unser Video hoch als Bewerbung. Dann gibt es ein Auswahlverfahren, werden eingeladen zur Villa. Dann gibt es eben Aufgaben und Challenges. Und ich sage jetzt mal, du hast drei Aufgaben richtig gut absolviert, ich nicht. Das heißt, du bist eine Runde weiter. Und so geht das immer weiter und bis es am Ende wirklich zu den Gewinnern kam. Für alle, die mitgemacht haben, gab es natürlich Gewinner. Aber für die, ich sage mal, Hauptsieger Platz 1 und 2 gab es dann zum Beispiel Management-Verträge, wo das wirklich die nächsten Creator sind. Und das Schöne ist, das kommt halt aus den Fans heraus und die Leute, die sich eben wirklich darauf spezialisieren wollen, wirklich Creator zu werden. Und damit helfen wir denen natürlich auch, sich eine professionelle Karriere aufzubauen. Ja, konnten eigentlich die Zuschauer bei der Staffel irgendwie das Geschehen mit beeinflussen? Ja, also es gab etliche Livestreams, wo man eben Meinungen reinschreiben konnte, abstimmen konnte. Wo man, gab es auch ganz viele Live-Ticker, sage ich mal, wo dann abgestimmt werden sollte, wen man am besten fand oder wer glaubt, die Challenge am besten gemacht zu haben. Wir hatten aber auch eine unabhängige Jury, die sich die Kommentare durchgelesen haben. Und das eben in ihre Bewertung mit einfließen lassen haben. Und genau, die Jury war dann am Ende dafür zuständig, das in einem Verhältnis zu übermitteln. Okay. Und wer hatte die Idee eigentlich? Kam die von dir, von Adil oder war das ein Teamkonzept? Also, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind. Ich meine, die Ursprungsidee kam von Adil und dann, wie das so ist. Da sitzt man so zusammen und dann brainstormt man und dann kommt noch die Idee und die Idee. Und irgendwann hat sich dann das dazu entwickelt, was es dann geworden ist. Aber ich bin schon sehr konfident, dass da viel kreative Energie von jedem so ein bisschen dazu beigetragen hat. Okay. Aber ich glaube, die Ursprungsidee, die ist, glaube ich, von Adil, die war sehr pfiffig. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die war dann noch relativ weit weg von dem Konzept, was es am Ende war. Ja. Aber so ist das halt mit Brainstorming und kreativer Arbeit. Genau, genau, ja. Eine Idee folgt zunächst, bis das Konzept ganz ist. Und habt ihr euch dabei irgendwie überlegt, ihr wollt vielleicht auch sogar den Fernsehkonkurrenz machen? Ich spreche das deswegen an, weil früher, heute höre ich es nicht mehr so oft, aber früher ging es auch öfters mal darum, dass das Internet im Prinzip den Fernseher ersetzen wird. Und ich habe mir überlegt, naja, also wollt ihr vielleicht, im Prinzip könnte ein guter TV-Format sein, also was ihr da auch habt, aber ihr strahlt das ja über YouTube etc. aus. Genau, also ich sehe das eher nicht so als Konkurrenz direkt, sondern als Ergänzung. Also das Leben findet für, vor allem für die jungen Leute, vor allem die Gen Z, findet eben am Smartphone statt und nicht mehr am TV. Wie gesagt, für unter 25-Jährige sind Laptop, Tablet, Smartphone viel wahrscheinlicher. Viele junge Leute haben auch gar kein TV mehr. Das heißt nicht, dass sie nicht TV-Inhalte auch konsumieren, aber eben online. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wie kann man das den Leuten wirklich nahe bringen? Und da gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, die Leute sind eh ganz viel auf TikTok und am Smartphone. Deswegen war das für uns eigentlich keine schwere Frage oder es war sehr logisch sozusagen, darüber zu gehen. Und zwischenzeitlich gibt es ja immer mehr Formate, also dass entweder Influencer kommen in irgendein Haus oder es gibt ja Formate wie beispielsweise Seven vs. Wild. Sprich so ganze Staffeln, die mit wirklich viel Budget auch produziert werden, weil so ein Haus anzumieten ist ja auch nicht gerade günstig und dann braucht man Technik etc. Also sprich, der Trend geht gerade bei einigen Influencerinnen hin zu aufwändigen Produktionen. Haben einzelne Content-Creatorinnen bzw. Influencer überhaupt noch eine Chance, so als einzelne Personen erfolgreiche Kanäle aufzubauen? Oder wollen jetzt alle im Netz nur noch Staffeln sehen, aufwendig produzierte Staffeln? Das ist eine super gute Frage und ich als Seven vs. Wild Fan, ich habe es geliebt wirklich und ich freue mich auch schon auf die nächste Staffel. Ich weiß, ich muss jetzt sehr lange warten, aber tatsächlich statistisch gesehen passiert es viel öfter, dass einzelne Leute, Influencer, Creator erfolgreich einen Kanal alleine aufbauen oder halt mit ihrem Management aufbauen. Also das heißt nicht, dass bloß weil eine Person zu sehen ist, dass es sie alleine macht. Also das ist tatsächlich nicht so oft, dass tatsächlich gibt es irgendwann ein Team dahinter und so. Das heißt, wenn man sich das jetzt von dem Team-Gedanken und Produktion-Gedanken herausdenkt, entwickelt sich das mit der Zeit, wenn man merkt, man hat dann die finanziellen Mittel, um das auch als Einzelunternehmer oder eben als Creator oder als Künstler eben stemmen zu können oder eben als Management. Aber wenn wir jetzt wirklich über Staffeln reden und so weiter, das ist natürlich von der statistischen Menge einfach viel geringer. Also gerade jetzt haben die Creator die Chance, groß zu werden. Da gibt es gerade einfach so einen Zeitslot auf TikTok letztes und vorletztes Jahr. Dieses Jahr würde ich sagen, ist es auf YouTube Shorts der Fall, wo man wirklich als kleiner Creator einfach gute Reichweite generieren kann und sich auch in Follower-Schaft oder Subscriberschaft aufbauen kann. Auch ohne große Produktion. Aber selbst Seven vs. Wild, das ging ja eher los oder war ja initiiert durch den YouTuber Fritz Meinecke und das 1916-Haus via WeCreate mit YouTube zusammen. Das heißt, das hat unterschiedliche Wurzeln und das würde ich gar nicht als entweder oder sehen. Ich würde sagen, als einfacher Influencer ist es noch leichter, durch die Decke zu schießen. Solche Produktionen sind so aufwendig, da brauchst du einfach schon einen Grundstamm an finanziellen Mitteln und das ist halt einfach in der statistischen Menge nicht gegeben. Okay, okay. Ja, also gute Nachricht für alle anderen, die jetzt starten wollen. Nach den Angaben auf euren Webseiten wuchsen die Bewohnerinnen der ersten Staffel im Schnitt um eine Million Followerinnen. Was ist eigentlich mit den Bewohnerinnen der nachfolgenden Staffeln? Hatten die genauso großen Erfolg? Haben sie da ihren Durchbruch schaffen können? Wie war das? Ja, also was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass die Performance der Videos nach den Staffeln hochging bei den Bewohnern. Was man auch gesehen hat, ist dadurch, dass sie ja verschiedene Kooperationen gemacht haben, dass sie verschiedene Content-Formate gemacht haben, sich anders gezeigt haben, war das auch plötzlich spannend für andere Kooperationspartner, weil die gesehen haben, ah, der Creator kann ja auch noch das und es gab ja auch viele mediale Aufmerksamkeit über dieses Projekt. Das heißt, die sind auch in den Vordergrund gerückt, wodurch und dann auch noch ihre YouTube-Shorts-Accounts, die dann halt gewachsen sind. Einige haben eben diesen silbernen Play-Button bekommen und so. Und ich würde schon sagen, dass ihre Profile stark gewachsen sind. Genaue Daten, das haben wir nicht getrackt oder habe ich auf jeden Fall nicht vorliegen. Vielleicht einzelne Creator wissen das aus dem Kopf, aber da kann man schwer jetzt so wie bei Staffel 1 so einen starken Unterschied sehen, weil Staffel 1 wirklich auch nochmal viel länger ging und von der Medienpräsenz auch nochmal anders aufgebaut war. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass alle Teilnehmenden einen großen, wertschöpfenden Erfolg für sich persönlich, aber auch natürlich beruflich von diesen Staffeln mitgenommen haben. Okay. Und wie ging es eigentlich für die Bewohnerinnen dann danach? Also habt ihr das mitgetrackt oder beobachtet irgendwie? Also konnten sie sozusagen diesen Erfolg weiterführen und darauf noch erfolgreich werden? Oder gab es auch mal einen Stillstand vielleicht für andere? Also es haben sich zum Beispiel einige Creator während Staffel 2 und 3 in den Livestreams als richtige Moderationstalente herausgestellt, sodass sie da ihr Portfolio erweitern konnten. Andere Firmen sind eben auch da auf sie aufmerksam geworden. Die Community vom 916 Haus, die fragen immer mal unter Beiträgen, zu den anderen Hausbewohnern. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Creator da im Gedächtnis geblieben sind. Und wie gesagt, das mit den YouTube-Buttons habe ich schon erzählt. Aber so insgesamt würde ich sagen, die Creator, die ja auch auf YouTube-Shorts dann umgestiegen sind, die verdienen ja auf YouTube auch mehr Geld, als du das als Creator auf TikTok verdienen kannst. Das heißt, da haben sie sich auch eine neue Einkommensquelle erarbeitet. Oder auch andere Creator bekommen aus Staffeln mehr Einladungen zu Interviews, zu Podcast-Interviews. Aber werden auch als Speaker angefragt. Zum Beispiel Rick Asers aus der ersten Staffel bei der Baby-Gut-Business-Konferenz in Hamburg. Also da merkt man einfach, dass das ein Riesenschritt auch im Business-Sinne war. Nicht nur für den Content, sondern auch monetär. Und von ihrer Personal Brand konnten sie sich ganz anders aufstellen. Deswegen finde ich schon, dass das nachhaltig auf deren Business so eingeplant hat oder deren Karriere und Erfolg. Und würde sagen, dass eher sogar die Profile besser sind, wenn man sich Shorts und so weiter anschaut und die Werbepartner, die dann sehr wohl interessiert sind an der Zusammenarbeit. Klar gab es auch einen oder anderen Creator, der gemerkt hat, okay, da merke ich jetzt nicht so einen Push wie vielleicht ein anderer. Aber das ist ganz normal, würde ich sagen. Okay, okay. Wird es eine nächste Staffel geben? Infos zur Staffel 4 bleibt ein Geheimnis erstmal. Okay. Bleibt spannend. Ja. Kann man sich denn bewerben für diese geheime Staffel 4? Ich darf noch gar nichts teilen. Das ist alles noch top secret. Aber sei gewiss, wenn da die ersten Infos da sind, dann werden die auf jeden Fall auch publik gemacht. Ja, gebt uns Bescheid und wir veröffentlichen das auch gerne, dass ihr da die vierte Staffel produzieren würdet, wenn es denn dazu kommt. Ja, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Okay, alles klar. Gut, dann bleibt es spannend, was das angeht. Dann lasst uns doch mal über Content Creation im 9 zu 16 Format quatschen. Das ist ja nicht einfach, so ein Video 9 zu 16 zu produzieren. Jedenfalls nicht ein erfolgreiches Video zu produzieren. Auf TikTok gibt es, also das war ja der Anfang von diesem Format. Bei Instagram gibt es Reels, bei YouTube gibt es jetzt Shorts. Aber nicht jede Influencerin wird warm damit. Vielleicht auch, weil sie mit Bildern oder eben mit Bilderstrecken oder mit Querformat-Videos eben ihre Kanäle bisher aufgebaut haben. Was macht denn eigentlich das Format 9 zu 16 so besonders und warum wird es oder ist es so erfolgreich? Da gibt es verschiedene Punkte. Das erste, also der größte Punkt, warum 9 zu 16, und das ist die Frage, die man stellen muss, warum kommt es eigentlich jetzt und nicht schon für früher? Oder warum ist es nicht zu einem anderen Zeitpunkt gekommen? Das ist der Punkt, dass unser Konsum von Medien mobil geworden ist. Also wir haben damals Videos und Inhalte vor allem an Laptops, am PC konsumiert oder noch am TV konsumiert. Das heißt, es war das 16 zu 9 Format, ganz automatisch. Mit Instagram hat sich das ja so ein bisschen gebrochen. Und da kam, aber selbst da gab es dann die Browser-Version. Und da gab es dann die, sage ich mal, Snapchat als Vorreiter, der das allererste Mal 9 zu 16 Format gemacht hat. Das waren nämlich die Snapchat-Stories. Ja. Und Instagram hat das ja dann kopiert. So, und zur gleichen Zeit gab es Vine. Vine ist so ein Vorgänger, würde ich sagen, von Musical.ly, wo es auch so um Kurzvideos ging. Und YouTube ist eigentlich auch so ein Großvater des Kurzformates, weil die ersten YouTube-Videos waren nämlich nicht das, was wir heute kennen, sondern das waren 5-Sekunden-Clips im 1x1-Format. Und dann hat das sehr lange gedauert, bis sich Content eben entwickelt hat. YouTube hat aus strategischen Gründen längere Videos besser monetär begünstigt. Und wir haben angefangen als eine Gesellschaft, dass Smartphone, dass es so salonfähig geworden ist, dass es so viele Nutzer gab, dass es ganz komisch für uns war, sage ich mal, Inhalte plötzlich auf dem Laptop oder auf dem Tablet zu konsumieren oder halt auf dem PC, sondern wir wollten die mobil haben. Das heißt, es war eine viel höhere Convenience, plötzlich Videos auch auf dem Smartphone zu sehen. Und es war ganz komisch für uns, ergonomisch gesehen, das Handy zu drehen. Also wie unangenehm ist es eigentlich, dieses Handy zu drehen? Das heißt, Inhalte wurden dann dafür konzipiert, das Smartphone wirklich ganz normal, ergonomisch, wie es vorgesehen ist, an der Hand zu halten. Und da hat sich dann das Format daran angepasst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Komprimierung. Also erst 15 Sekunden, 30 Sekunden, dann eine Minute, jetzt drei Minuten. TikTok hat eben das vorangebracht, wo Wein gescheitert ist und auch Instagram TV war das ja damals noch. Das, was sie nicht geschafft haben, ist die Mitte zu finden zwischen wirklich kurzen Clips, aber trotzdem lang genug, um da irgendwie das Interesse beizubehalten. Und da, das heißt, Inhalte wurden so auf den Punkt komprimiert, dass ich mir sage, ich finde es viel besser, mir jetzt ein 30-sekündiges Video anzugucken mit den wichtigsten Highlights als, ich sage mal, eine halbe Dokumentation auf YouTube, dass jetzt 20 Minuten geht. Das heißt, wir wollen eigentlich auch viel mehr Inhalte auf den Punkt haben, viel kürzer gefasst, Aufmerksamkeitsspanne, könnte man jetzt diskutieren, was war eher da, Henne oder Ei. Aber das würde ich sagen, ist so ein großer Punkt. Und was hat TikTok noch am besten gemacht, so als Mutter vom 9-zu-16-Format irgendwie und hat das ja auch irgendwie so in die Masse gebracht, das ist die User-Centric, die auf der Plattform zu sehen ist. Es ist einfach ein wahnsinnig guter Algorithmus. Es ist wahnsinnig intuitiv. Du kommst auf die Plattform, siehst direkt Content, musst dir noch nicht mal einen Account erstellen. Du siehst nicht, dass du auf der Plattform bist, sondern siehst einfach komplett Bildschirm mit Content. Und das ist halt auch so neu, das ist so ein Verfließen von ich als wahrnehmende Person und Sound und Bild. Also TikTok wird ja auch am meisten mit Sound und Bild konsumiert im Vergleich zu Reels, was auch ganz oft ohne Sound konsumiert wird. Da sieht man einfach so einen kleinen Unterschied. Und ich glaube, das hat so sehr zu diesem Suchtfaktor geführt, dass man einfach, wenn man auf der Plattform ist, einfach auch gar nicht mehr rausgehen will. Und das hat, glaube ich, die Leute und dadurch der Fakt, dass es nicht mehr Social Media Konsum ist, sondern einfach nur verschoben hat auf TikTok, haben alle gedacht, oh, jetzt ist wohl 1916 das neue große Ding. Und tatsächlich haben ja auch andere Plattformen, dadurch, dass sie es kapiert haben, eben auch bewiesen, wie wichtig das ist. Lange Rede, kurzer Sinn, aber das sind so die drei Hauptfaktoren. Convenience, Komprimierung der Inhalte und eben User-Centric-Plattform. Okay, okay, ja. Und jetzt eine Frage aus Content Creator-Sicht. Muss ich jetzt auf das Hochformat aufsteigen, wenn ich davor eben mit anderen Mediengattungen, Bildern jetzt beispielsweise oder mit Quare-Format-Videos gearbeitet habe? Muss ich darauf jetzt unbedingt umsteigen? Lohnt sich überhaupt noch jetzt Bilder, Quare-Format irgendwie umzusetzen? Das ist eine super Frage. Das ist eine Business-Frage am Ende des Tages. Es kommt natürlich darauf an, was deine Plattform und dein Thema ist. Bilder funktionieren immer noch super auf Pinterest. Slideshows und Bilder funktionieren auch super auf LinkedIn. YouTube Longform, also das Querformat, wird immer noch gut geschaut und es wird auch noch weiterhin so sein, weil viele Creator dort Content hochladen werden, weil das Monetär sich einfach am besten lohnt. Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel neu ist und mit kleinen Bildern angefangen, nicht auch mal ein Video auf Pinterest zu testen, ein 9 zu 16 Video. Oder auch manche TikToks werden auf LinkedIn hochgeladen und erreichen wirklich schwindelerhöhende Reichweiten und Impressionen. Das heißt, als neuer 9 zu 16 Creator ist es leichter jetzt, oder als neuer Creator zu starten, ist es leichter mit 9 zu 16 anzufangen, als vielleicht mit Bild-Content anzufangen oder so, weil das schon ein sehr gesättigter Markt ist und jetzt gerade noch so ein bisschen in die Goldgräber-Stimmung ist bei 9 zu 16 Creatoren. Das ist eine nicht verkennbare strukturelle Entwicklung, die halt eben durch den Smartphone-Konsum und durch die Salonfähigkeit dessen auf anderen Plattformen, wie das sich halt gezeigt hat, das darf man nicht verkennen. Und ich glaube, wenn ich ein etablierter Creator wäre, würde ich es auf jeden Fall austesten, probieren, schauen, ist es was für mich, weil, ich sage mal so, am Ende des Tages kommt es darauf an, wo man hin will und ist mir 9 zu 16 als Tool dienlich. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja, vor allem, wenn man nicht weiß, was man will. Aber ich sage mal, wer zu viele Hasen jagt, jagt keinen am Ende des Tages. Und das ist halt auch wichtig, dass man sich nicht verzettelt und verrennt. Okay, okay. Also auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, wie es für einen funktioniert, wenn man jetzt schon länger dabei ist und für die Neuen auf jeden Fall mal damit einsteigen, oder? So kann ich das in alle Kürze mitnehmen. Ja, also für die Neuen ist es am leichtesten, dort Fuß zu fassen. Und für die Etablierten sollte man schauen, macht es aus Business-Perspektive Sinn? Ja. Und wenn es Sinn macht, sich vorsichtig rantasten und dann von dort aus schauen, wie integriere ich das in meinen Alltag, dass ich mich nicht verrenne. Letzte Woche habe ich ja mit euren Creator, das ist Jay, also Jamal gesprochen. Das Interview ist jetzt auch gestern online gegangen, auch im Influencer-Podcast. Super spannender Content, auch über 9 zu 16. Und da ist mir aufgefallen, dass er im Prinzip zwei Kanäle auf YouTube hat. Einer, der nennt sich Das ist Jay, da macht er nur Content in 9 zu 16. Und dann hat er noch das Stream. Da hat er sein Content nur im QF-Format. Also er hat zwei Kanäle, jedes Kanal für das eigene Format. Warum er das macht, erklärt er im Podcast. Also für diejenigen, die das wissen wollen, einfach mal vorherige Folge sich anhören. Aber eine Frage an dich jetzt, und zwar würdest du empfehlen, dass man auch zwei Kanäle dann macht, so wie Jay, oder würdest du sagen, nee, mach ruhig auf dem selben Kanal beide Formate? Ja, das kommt einfach auch hier wieder darauf an. Bist du eine Brand? Bist du ein Creator? Bist du ein kleiner Creator? Sagen wir mal, gehen wir von Creator aus. Ist ja ein Creator-Podcast. Okay. Ich würde sagen, ich als Creator würde mir natürlich überlegen, wie bei Jay habe ich ein Format, was komplett konträr ist, also was wirklich gegensätzlich ist zu dem anderen Content von einem anderen Format. Wenn das konträr ist, dann kann es Sinn ergeben, zwei Kanäle zu machen, die aber miteinander zu verlinken, dass man, wenn man auf den Kanal kommt, sieht, das sind noch andere Kanäle von der gleichen Person. Ähnlich wie das zum Beispiel andere Urgesteine machen von YouTube, zum Beispiel Julian Bam oder Rezo oder so, die machen das ja alle so. Und genau dasselbe würde ich auch empfehlen oder ungespielt. Man hat ja auch wahnsinnig viele Accounts, weil das einfach mehr Übersichtlichkeit gibt, vor allem wenn man viel Content kreiert. Dann ergibt das schon Sinn. Wenn man aber zum Beispiel die Content-Strategie fährt, ich zeige in meinen YouTube-Long-Form-Videos richtige ausgiebige Vlogs und die Highlights will ich aber in meinen 9 zu 16 Videos zeigen. Also das heißt, es ist der gleiche Content, bloß aus einer anderen Perspektive oder kürzer geschnitten oder die Highlights davon. Dann ergibt es schon Sinn, das auf einem Kanal stattfinden zu lassen. Aber für die Übersichtlichkeit, für einen selber, kann es schon Sinn ergeben, zwei verschiedene Accounts zu machen. Okay. Was macht denn ein richtig gutes 9 zu 16 Posting aus? Ihr habt ein Rezept dafür entwickelt, anscheinend. Denn ihr habt ja super krass viele erfolgreiche Creator, aber auch Kampagnen. Dankeschön. Also ein richtiges Rezept dafür gibt es nicht. Aber es gibt Faktoren, an denen man arbeiten kann. Das ist wie so kleine Zahnräder, an denen man schrauben kann. Und manchmal gehen natürlich Videos auch unabhängig davon viral, weil sie eben extrem kreativ sind, ein neues Format sind oder so. Das ist einfach ein unplanbarer Faktor, aber es gibt halt kleine planbare Faktoren, wie zum Beispiel Hygiene-Faktoren. Das ist wirklich das, was die Spreu vom Weizen trennt. Gutes Licht, guter, verständlicher Ton, also bestimmte Art vom Cutting, Save-Zonen für Text. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Smartphone schaue und ich sage mal Text positionieren will und ich mache das ganz unten bei meinem Video ist es schlecht, weil da die Caption drüber liegt oder rechts weiß ich, auf der rechten Seite, da ist halt das Herz oder das ist die Kommentarspalte, der Share-Button, solche Sachen. Da sollte ich auf jeden Fall keinen Text dahinter legen. Und alles andere, also unabhängig von den Hygiene-Faktoren, ist das, was ich 9 zu 16 Verständnis nenne. Also wirklich zu verstehen, wie baue ich eine Story auf, wie kann ich, also je nachdem, was man für Content hat, hat man jetzt edukativen Content, bringe ich jemandem was bei, was auch sehr sprachlich ist, wie ist meine Aussprache? Zweiter Punkt ist, bin ich eine unterhaltsame Person, kann ich vielleicht mein Storytelling noch leichter auf eine Spitze treiben, kann ich die Pointe besser ausmalen, wie gut sind meine schauspielerischen Künste oder habe ich Inspirations-Content? Da geht es dann wirklich in Richtung, wie sieht vielleicht das Bild aus, muss ich da vielleicht in den Kontrasten besser arbeiten? Auch da ist Storytelling wichtig, aber sehr viel nonverbal, auch ganz oft. Also das ist wirklich Verständnis, wie funktioniert eine Story, wie kann ich die Aufmerksamkeit des Zuschauers nehmen und ihn wirklich begleiten, um meine Message da, weiterzugeben? Okay. Empfiehlst du da, dass man sich vielleicht ein Skript für jedes Video zusammenschreibt? Also gerade, weil du jetzt Story gesagt hast, dass man da so einen Spannungsbogen irgendwie herbeiführt? Ja, also es kommt natürlich darauf an, beim Skript, bin ich jetzt Anfänger, bin ich ein Profi, bin ich eine Brand, bin ich eine Privatperson und wenn ich eine Kooperation habe, mache ich das für ein Startup oder für ein Konzern. Das sind große Unterschiede. Also klar, die Plattform gibt einem jetzt keine Richtlinien vor oder so, sondern es ist viel eher, was bist du für ein Typ und was hast du für Möglichkeiten? Es hilft auf jeden Fall zur Professionalisierung, sich grob aufzuschreiben, wie das Video aussehen soll, damit man sich auch Perspektiven überlegen kann, wie schneide ich, wo ist ein Schnitt wichtig? Das heißt aber nicht, dass ich das eins zu eins übertragen muss, wenn es wirklich zum Dreh geht, sondern eine Freiheit hat, vielleicht auch kleine Spitzfindigkeiten mit reinzubringen, weil egal wie gut man ein Video plant, das kommt immer ein bisschen anders, als man das wirklich im Kopf plant, tatsächlich. Und manchmal ist das richtig gut, weil als Beispiel, wir haben mal eine Kampagne gemacht, auch mit Herrn Anwalt meine ich, da wollte er sich am Anfang einen Lippenstift drauf machen, wir hatten aber keinen Lippenstift da, sondern nur Concealer. Das ist sowas so zum Abdecken, so ein Abdeckstift. Und da hat er gesagt, ach egal, weißt du, mach ich den Abdeckstift drauf. Und am Ende war das richtig gut, weil ganz viele Kommentare darauf hingewiesen haben und das war ein totaler Rumor und ganz viele Leute haben dann drunter kommentiert und haben sich dann, ja, darunter überhalten, ob man nicht auch Concealer als Lippenstift benutzen kann. Also, und das hat ja wieder viel Engagement gebracht, viel Austausch mit der Community. Also manchmal kann so ein Fail sogar richtig gut sein. Okay, okay, ja. Cool. Funktionieren eigentlich alle 9 zu 16 Videos gleich auf allen Plattformen, also sprich gleich gut oder gleich schlecht, wenn man dasselbe Video hochlädt auf TikTok, YouTube, als Reel, auf Pinterest? Ja. Ist da die Wahrscheinlichkeit dieselbe, dass das Video überall gleich gut oder gleich schlecht funktioniert? Ähm, nee, also, was wir ganz oft sehen, es gibt eine bestimmte Art von Content, die auf allen Plattformen gleich funktioniert oder gleich oder ähnlich gut, aber es ist trotzdem sehr volantil, weil einfach die Plattformsprache auf TikTok eine andere ist wie auf Instagram Reels und eine andere wie auf YouTube Shorts. Und was man schon sieht, ist, dass Videos, die auf TikTok viral gehen, auch tendenziell auf YouTube Shorts viral gehen können, dass das aber nicht unbedingt für Reels gilt. Das heißt, ähm, und weil es wird ja auch nicht, wenn man Videos für Reels macht oder für YouTube Shorts, sehen wir, dass die nicht unbedingt auf TikTok funktionieren. Weil es wird ja schon. Das heißt, im besten Fall, wenn man sich nur einmal anstrengen will, macht man es für TikTok und das funktioniert wahrscheinlich eher auch auf den anderen Plattformen. Also, man sieht, ne, also, so kann man sich es ungefähr vorstellen, ähm, das heißt, weil, oder, wie kann man das erklären vielleicht, ähm, Instagram hat immer noch eine sehr eigene Bildsprache, die, ähm, auch auf TikTok anerkannt wird oder angenommen wird. Die TikTok-Sprache, die so typisch TikTok ist, wird aber eher nicht angenommen von den anderen Plattformen. Ja. So. Und außerdem ist der Algorithmus auf TikTok auch noch viel, viel besser, ähm, im Vergleich zu, ähm, zum Beispiel Instagram Reels. Und, ähm, da wird einem schon eher ähnlicher Content die ganze Zeit ausgespielt. Da ist, äh, TikTok ein bisschen flotter. Das heißt, wenn du eh auf glossy Content stehst, was du eher auf Instagram siehst, dann siehst du das auch auf TikTok. So. Und, ähm, kannst da leichter trainieren. Also, da gibt es einfach viel mehr Auswahl, möchte ich damit sagen. Und, ähm, da gibt es einfach viel mehr Kategorien, wo man sich bei TikTok dran halten kann oder was ein gutes TikTok-Video ausmacht. Und da fährt man sehr sicher die Spur, dass es eben auf Shorts und, ähm, auf Reels auch gut funktioniert. Aber, wie gesagt, der Hinweis, es funktioniert nicht auf allen Plattformen gleich, würde ich sagen. Es ist sehr volatil auf, auf Reels. Die Wahrscheinlichkeit, viral zu gehen, ist auf YouTube Shorts im Augenblick am höchsten, würde ich sagen. Also, da kann man sich als kleiner Creator sehr gut etablieren. Ja. Aber durchschnittlich hohe Reichweite ist auf TikTok am wahrscheinlichsten, am besten, weil das da, ähm, sag ich mal, noch der, der Content sehr gut kuratiert wird. Ja. Also, das bedeutet aber auch gleichzeitig, es ist empfehlenwert, wenn man keinen TikTok-Kanal hat, sich einen anzulegen und dann den eben mit den Videos, um den zu bespielen und dann zu gucken, wie die da laufen. Genau. Und dann eben auf anderen Plattformen zu sharen. Wie ist das? Weil bei TikTok erscheint mir sehr viel mit dem Handy produziert. So, würdest du denn den Leuten jetzt empfehlen, die jetzt neun zu sechzehn Videos machen wollen, sie nur mit dem Handy zu drehen, damit es authentischer wirkt oder sollen sie ruhig Spiegelreflexkameras oder so High-End-Kameras verwenden, damit die Bildqualität einfach ein bisschen besser ist? Was, also, meinst du, ist das ein Kriterium für Erfolg? Haha, sehr gute Frage, weil mittlerweile sieht man da fast keinen Unterschied mehr. Also, die große Kunst daran ist, eine Spiegelreflexkamera zu nutzen, es sieht aber so aus, als hättest du ein Smartphone genutzt. Das ist die große Kunst, das machen die Top-Creator, wie zum Beispiel Herr Anwalt und andere große TikToker, internationale TikToker, die nutzen eine Kamera und schneiden es dann so, als ob es aussieht, als ob es mit dem Smartphone gedreht wurde. Ja. Aber Smartphone am Anfang, vor allem für Anfänger oder Leute, die, sag ich mal, Mediate sind, das Smartphone am Anfang damit aufzunehmen hilft, um Proportionen einschätzen zu können. Wie muss ich stehen? Wie muss ich mich bewegen? Wie ist sozusagen die Proportion zwischen mir, Hintergrund und etwas, was passiert? Wie muss ich interagieren? Und dann kann man immer noch auf die, ich sag mal, auf die professionelle Kamera umsteigen und das dann croppen und das machen schon viele und es ist eine Übungssache. Aber das, ich würde sogar sagen, man sollte jetzt anfangen, wenn man jetzt neu ist, schon mit Kamera starten, weil davon hebt man sich schon ein bisschen ab, von denen, die jetzt nur mit Smartphone aufnehmen. Okay, also die Erwartung an die Qualität steigt dann schon. Also nicht nur Handy höre ich jetzt raus, sondern die Leute wollen jetzt mittlerweile auch bessere, bessere Qualität, eine bessere Bildqualität sehen. Ja, also damit hebt man sich auch schon ein bisschen ab und das hilft. Also es geht ja wirklich darum, bei diesem Überfluss an Content sich abzuheben und in den Köpfen der Leute zu bleiben und eine Möglichkeit ist da, wirklich die Bildqualität mittlerweile. Gehen wir mal von dem Szenario aus, dass eine Influencerin oder ein Influencer, die bisher auf Bildformate gesetzt haben oder auf Querformat-Videos jetzt den Sprung auf 9 zu 16 machen möchte. Wie sollte man an der Sache rangehen, damit es auch Spaß macht? Das Wichtigste hast du schon gesagt, es soll Spaß machen. Ja, deswegen ist halt auch hier schwer ein Blueprint zu geben, aber ich gebe auf jeden Fall ein paar Tipps. Also man soll sich auf jeden Fall erstmal mit der Plattform spezifisch auseinandersetzen, auf der man halt stattfinden will. Was ist wichtig für die Plattform, wo ich stattfinden will und auch wer bin ich? Also und wie kann ich das auf 9 zu 16 übersetzen? Kommt auf drauf an. Machst du Entertainment? Machst du Information? Machst du Inspiration? Und dann kommt es ja auch noch darauf an, hast du vorher Bild-Content gemacht oder schon Video-Content gemacht? Es ist, ne? Ich sag mal, Video-Creator Creator oder Video-Influencer braucht ein anderes Skill-Set als ein Bild-Influencer oder Bild-Creator. Das heißt, da muss man anfangen, wenn man vom Bild kommt, anzufangen, wie fange ich Bewegungen ein, wie geht Cutting, wie geht Musik-Untermalung? Das ist wirklich ein ganz anderes Skill-Set, was viele auch überfordern kann, wenn man zum Beispiel nicht regelmäßig Storys auch bearbeitet. und wenn man schon Video-Format macht, aber halt im Quer-Format, dann kann man schauen, zum Beispiel was anderes zu drehen oder man versucht erst mal alte Videos auf 9 zu 16 runter zu cutten und zu gucken, wie sieht das eigentlich aus, welche Perspektiven brauche ich, wie weit weg muss ich eigentlich gehen, wie funktioniert das mit dem Licht-Design, weil das auch schon einen riesen Unterschied macht, ob man einen ganzen Raum ausleuchten muss oder nur einen spezifischen Spot. Das sind schon große Unterschiede und dann muss ich mir überlegen, bleibe ich thematisch beim selben Thema, bleibe ich in der Positionierung oder sage ich, ich mache eigentlich ein Add-on für meine Fans oder für die Leute, die mich noch nicht kennen, weil ich noch für was anderes im Vordergrund stehen möchte. Angenommen, ich habe jetzt das Thema Kochrezepte und das lässt sich natürlich super auch als Video unterbringen, wenn ich jetzt nur Fotos vorher gemacht habe. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, ich habe vor allem so Fashion gemacht und Fashion fällt mir unglaublich schwer in Videos zu übertragen, aber ich bin vielleicht auch noch Mama-Creatorin, also Familien-Creatorin, dann zeige ich vielleicht lieber auf dem Videobereich eher so meinen Alltag und vielleicht das Familienleben. Und das muss ich mir als strategische Frage auch stellen, weil die Frage wäre, will ich auf den 9 zu 16 Plattformen auch Kooperationen haben? Sollen die Kooperationen die sein, die ich von meinen anderen Plattformen, von meinen anderen Formaten übernehmen will? Sollen die einfach nur mehr Geld für mich ausgeben zum Beispiel? Ja. Oder sage ich, will ich ganz andere, in eine ganz andere Kategorie reingehen? Also will ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin im Baubereich, im Bastel-DIY-Bereich, will aber eigentlich auch in die Beauty-Richtung, weil mir das richtig gut oder sehr leicht fällt, dann mache ich ja vielleicht eher Beauty-Tutorials. Also es ist auch eine Business-Frage und eine Positionierungsfrage. Okay. Wie viel Zeit sollte ich mir denn so für die Planung und Umsetzung nehmen? Was macht da Sinn? Wie lange dauert so ein Video im Schnitt bei euren Creatorinnen? Das ist auch richtig schwer zu sagen. Es kommt wirklich auf den Format und den Creator an. Also bloß mal so als Beispiel. Der Dreh bei Das ist Jay mag vielleicht relativ schnell gehen, aber der Schnitt dauert auch gern mal sechs Stunden. Karim Jamal dagegen, der muss erst mal ganz viel Equipment basteln und ist wahrscheinlich erst mal nach vier Stunden damit beschäftigt und dreht dann in einer halben Stunde, vielleicht einer Stunde das Video ab. Oder Nadine Britti, die braucht vielleicht eine Stunde, um den Tanz zu lernen. Aber dann kann die den Tanz und das dritte Mal macht ihr das halt mit einer Freundin zusammen und der geht viral. Der Dreh hat vielleicht nur 20 Minuten, 30 Minuten gebraucht, aber das Lernen des Tanzes, Treffen der Freundin, Make-up auftragen, das richtige Setting finden, das Licht, das dauert alles extrem viel Zeit. Das heißt, manchmal kann es halt schon sein, dass man einen halben Tag oder mit, meine ich halt, wirklich zwölf Stunden an einem Video sitzt, bis es wirklich fertig ist. Und manchmal gibt es aber auch so spontane Drehs, wo ich sage, boah, der Trend ist so cool, ich muss das genau jetzt abfilmen und dann hat das Ganze vielleicht eine Stunde gedauert. Aber das ist der Extremfall, das kommt seltenst vor. Die meisten, vor allem professionellen Creator, schreiben sich ja auch ein bisschen was, macht sich sowas ähnliches wie einen Plan, gucken auch, konsumieren selber ganz viel Social Media, um zu verstehen, was kann ich jetzt eigentlich machen, was passt für mich als Brand. Das dauert auch. Und alleine die Planung schon, bevor es eigentlich dazu geht, wirklich das konkrete Video anzugreifen, das dauert eigentlich auch schon Zeit und das wird auch ganz gern unterschätzt. Und wenn ich dann Creator sehe, die jeden Tag ein Video raushauen, dann bin ich schwer beeindruckt. Okay. Ich auch. Ich auch, ja. Also ich merke selber, wenn ich mal, also ich bin jetzt nicht so gut, muss ich sagen, in 9 zu 16 Videos, wenn ich aber mal was mache, dann dauert es schon länger. Also obwohl ich meine Tools beherrsche und so, ja. Aber apropos Tools, kannst du ein paar Apps empfehlen, mit denen der Schnitt oder die Produktion von 9 zu 16 Videos irgendwie flüssig von der Hand geht? Ja, also wenn ihr direkt, wenn man direkt am Handy arbeitet, kann ich extrem CapCut empfehlen. Das ist die App selber von TikTok. Genau. Die hat auch Voreinstellungen. Das heißt, ihr seht da auch die Trends, die reinkommen und dann gibt es da richtig Vorlagen, wo ihr nur euer Material einfügen könnt. Ich persönlich finde auch InShot richtig gut, sehr intuitiv. Für eigentlich kein Geld kannst du fast die gleichen Sachen wie von CapCut nutzen. Manche mögen Videoleap, weil dann kannst du auch noch viele Sachen mit freistellen und so weiter und so fort. Also da gibt es echt einiges, was so am Smartphone geht. Wenn man dann natürlich größere Datenmengen hat, weil man mit einer Spiegelreflex dreht oder halt mit einer professionellen Kamera, dann Adobe Cloud, glaube ich, ist so der Klassiker da. Also Premiere meinst du dann in dem Fall. Premiere Pro, genau, in dem Fall. Das ist so die Klassiker, die ich kenne. Und aber wer wirklich anfängt und sagt, ich will die ersten Schritte gehen und tue es mir noch zu much. Schaut erst mal, schaut vielleicht bei TikTok, die haben ganz viele Möglichkeiten, wie man das Video bearbeiten und cutten kann in der App. Da gibt es wirklich extrem viel Auswahl. Sich daran erst mal rantasten, ein Gefühl dafür bekommen und dann auf andere Apps rübergehen. Und dann vielleicht auch erst mal auf CapCut, weil das sehr intuitiv ist. Und ja, die wichtigsten Trends, wenn man Trends machen möchte, kann man damit auch umsetzen. Ja, Trends. Und das ist auch die letzte Frage jetzt zu den 1916 Videos. Wie erkenne ich eigentlich die richtigen Trends für mich beziehungsweise muss ich denn unbedingt Trends gehen? Und es gibt ja einmal die Challenges, dann gibt es aber auch eben irgendwelche Trends, Trending Sounds, dann gibt es vielleicht Trending Effekte, gerade jetzt was TikTok angeht. Wo muss ich da mitmachen? Muss ich da mitmachen? Völlig richtige, berechtigte Frage. Danke, dass du die stellst. Wirklich, weil jeder geht immer davon aus, oh, ich muss Trends mitmachen. Nein, das ist nicht der Fall. Du kannst auch komplett unabhängig von Trends einen wahnsinnig guten Content machen. Also Informationscontent funktioniert in der Regel ganz ohne Trends. Fabi Rommel ist ein richtig gutes Beispiel. Auch Herr Anwalt ist ganz lange ausgekommen ohne Trends. Der kommt auch so ohne Trends raus. Der macht das nur noch, weil es ihm Spaß macht. Also man muss sich immer so fragen, so bin ich auch der Typ für Trends und dann auch welche Art von Trends. Ist das wirklich Filter? Musik ist ein großes Ding. Hashtags ist immer noch ein Thema. Aber auch manchmal sind das auch einfach so popkulturelle Trends. Seven vs. Wild. Ich erinnere mich auch an Squid Game oder Wednesday. Solche Themen, die einfach auf Netflix gerade gehypt werden. Oder dann einfach so soziale Themen, wie zum Beispiel die Fußball-WM in Katar. Also es gibt einfach viele Themen, die einfach so im kollektiven Bewusstsein sind. Und ob ich die nicht einfach mit aufgreife. Und das kann auch einfach manchmal sein, dass auch zu, weiß ich nicht, Wednesday, so eine Serie von Netflix, kann ja auch sein, dass ich mir da einfach mal so eine Hand aufsetze oder sowas und so meine Videos mache. Und damit nehme ich darauf Bezug, ohne wirklich direkt das anzusprechen. Und da kann man eher schauen, kann ich Trends für mich als Tool nutzen? Das würde ich mich viel eher fragen. Und wie finde ich eigentlich diese Trends oder wie finde ich heraus, was gerade im kollektiven Bewusstsein ist? Ganz klassisch über deine For You-Page. Du kannst deine For You-Page auch danach trainieren, dass du siehst, was gerade passiert ist. Also wenn du siehst, das ist jetzt zweimal der gleiche Sound oder ich sehe jetzt irgendwie diese Art von Videos schon ganz oft oder immer diese POV-Videos und das immer zu dem gleichen Sound, dann kann man auf den Sound klicken oder auf den Creator klicken und schaut sich mal an, wie viele Videos sind denn eigentlich zu dem Sound produziert worden und wie alt sind diese Videos, die am viralsten sind. Das zeigt es dir auch ganz oben an, vor allem bei TikTok. TikTok zeigt dir auch die virale Sounds an, dasselbe auch bei Instagram. Da siehst du immer so einen kleinen Pfeil, der nach oben geht. Da weißt du, okay, das ist gerade Trending-Sound bei Instagram. Da siehst du diese Trends und das kannst du, dann kannst du dich da einfach, du musst ein bisschen abschätzen, wenn du siehst irgendwie, der Trend ist jetzt schon drei Wochen alt mit den viralsten Videos so im Schnitt, dann ist der Trend wahrscheinlich schon wieder vorbei. Aber wenn du siehst, oh, das ist irgendwie so eine halbe Woche alt oder so, dann bist du wahrscheinlich mittendrin. Okay. Und manchmal dauern Trends halt zwei Monate und manchmal sind die aber auch nach fünf Tagen wieder verschwunden. Also das muss man auch ein bisschen einschätzen, beobachten. Und dann kann es auch hilfreich sein, nicht einen Trend eins zu eins nachzumachen, sondern eine eigene Interpretation des Trends zu machen zum Beispiel. Ja. Zu überlegen, wie kann ich das auf mich und mein Thema vielleicht beziehen. Und die zweite Möglichkeit, die ich empfehle, wenn man jetzt seine For You-Page nicht verunstalten will, wie das manche sagen. Also ich habe entweder einen zweiten Account, wo ich dann einfach nur Trendsachen angezeigt bekomme oder ich folge drei oder vier Creator, die die Art von Trends, die ich cool finde oder die für mich hilfreich sind, ganz oft umsetzen. Und dann checke ich die einfach am Tag für fünf Minuten, haben die ein neues Video hochgeladen, ist es ein Trendsound, check und dann bist du in zehn Minuten, 15 Minuten durch. Ja, ja. Und wenn du dann was gefunden hast, kannst du immer noch evaluieren und ja, passt mir das oder passt mir das nicht. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du trotzdem große Trends verpasst, weil auch die werden natürlich nicht bei jedem Trend mitmachen. Ja, ja. Aber dann hast du auf jeden Fall eine kleine Auswahl. Okay, okay. Also super konkreter Tipps. Danke dafür. Auf YouTube und auf Instagram, gibt es da auch sowas wie Trends? Ja, natürlich. Also bei Instagram siehst du es ganz oft durch eben diese Hauptpage, diese Explore-Page. Ja. Da wird es hier ganz oft angezeigt. Also nicht die Lupe, sondern tatsächlich auf dem Reelslot selber. Wenn du da durchscrollst, siehst du halt auch ähnlich wie bei TikTok dann Videos, die dir häufig angezeigt werden, kannst du als Trend sehen. Und auch da kannst du schauen, wie viele Videos wurden zu diesem Musikstück gemacht. Ja. Und daran kannst du abschätzen, ist es ein Trend? Und wenn ja, ist es ein globaler Trend? Ist es ein regionaler Trend? Also ganz oft so deutsche Synchro-Sounds sind dann deutsche Trends. Hast du aber eine internationale Follower-Schaft, solltest du den Trend vielleicht nicht nutzen. Ja. Also so muss man das schon ein bisschen abschätzen. Und auch auf YouTube Shorts gibt es Trends, aber die sind noch schwerer herauszufinden. Da findet sich das gerade noch der Algorithmus. Weil auch das, was du zum Beispiel auf YouTube suchst, beeinflusst, was du auf YouTube Shorts siehst. Das heißt, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, Make-Up-Tutorial eingibst, wird dir auch viel mehr Make-Up-Tutorial-Inhalte oder ähnliche Inhalte bei YouTube Shorts gezeigt. Und wenn du dann mal zweimal hängen geblieben bist bei einem Gaming-Inhalt, dann wird dir ganz viel von diesem Game halt angezeigt. Das heißt, diese Volatilität in der Unterschiedlichkeit des Contents ist da noch nicht so gegeben. Das heißt, du bleibst da sehr in deiner Bubble, wenn du da einmal hängen geblieben bist. Schwerer rauszukommen als im Vergleich zu TikTok oder Instagram Reels. Deswegen ist es da schwerer, auch an Trends ranzukommen. Aber auch da gibt es Trend-Creator. Lass uns mal über Business sprechen und zwar über die Zusammenarbeit zwischen Influencer-Marketing-Agenturen und Influencerin beziehungsweise zwischen Unternehmen und Influencerin. Da bist du ja super gut dafür geeignet, da du ja eben die Unternehmen auch berätst. Und was mich interessieren würde, ist eben, welche Fähigkeiten, welche Voraussetzungen ein Influencer mitbringen muss, damit er erfolgreich für Erbekooperation eingehen kann. und direkt mal die Frage an dich, also welche Verhaltensweisen seitens Influencerin machen dich bei der Zusammenarbeit glücklich? Also mit deinem Influencer oder Influencerin. Ja, also ich glaube, dass sich das so gar nicht so stark unterscheidet zu anderen nicht 9 zu 16 Influencern. Also es gibt einfach so die Klassiker, man kann es auch Hygienefaktoren nennen. Du musst jetzt mal Hygienefaktoren mal erklären, weil du hast es nur zweimal erwähnt. Ich weiß, was das ist, aber vielleicht der eine oder andere Zuhörer. Nicht unbedingt. Ja, das sind einfach Faktoren, das ist wie so ein Grundgerüst oder die Basis, die einfach vorausgesetzt wird. So würde ich es jetzt eigentlich versuchen zu beschreiben. Also wirklich Sachen, die einfach das Einmaleins sind, die man beherrschen sollte, die man einfach als Standardvoraussetzung mitbringen sollte. Ja, Okay, also Hygienefaktoren, welche sind das? Ja, also zum Beispiel richtige Werbekennzeichnung. Check von, habe ich lizenzfreie Bilder oder lizenzfreie Musik genutzt? Darf ich die halt eben für, wenn ich das mit Adbudget hinterlege, darf ich das wirklich nutzen? Ist das wirklich ein ordnungsgemäßer und wie abgesprochen geplanter Upload? Bin ich pünktlich auch in den Absprachen, in den Meetings? Hält die Person, hält das Management, auch die Deadlines ein? Halte ich die Absprachen ein? Etc. Also das ist wirklich so, ich sage mal, auch unabhängig vom Influencer-Business, einfache, Unternehmens-Mitarbeiter-Geschäftsbeziehungssachen, die einfach immer noch sehr wichtig sind. Also ganz unabhängig vom eigentlich kreativen Job. Es gibt aber natürlich auch andere Sachen, die mich sehr happy machen. Das ist, wenn der Creator eben mit Kommentaren, zum Beispiel bei der Brand kommentiert, wenn gerade eine Kooperation ansteht. Aber auch nach der oder vor der Kooperation, wenn da einfach schon die Community sieht, oh, da findet eine Interaktion statt und das auch unaus abgesprochen ist, weil das natürlich auch gut für den Creator ist, um zu zeigen, hey, ich stehe wirklich hinter der Brand und auch ein Signal zu geben, das ist jetzt nicht nur dieses eine Video oder diese eine Kooperation, sondern das zeigt eben für die Brand auch, dass es eben eine entsprechende Wichtigkeit hat und der Creator auch einen gewissen Status hat. Aber auch Proaktivität grundsätzlich, Managements als auch Creator selbst, wenn die proaktiv zu einem kommen und sagen, hey, wir haben schon mal mit euch gearbeitet, wie sieht es denn aus mit der nächsten Kooperation? Vielleicht haben wir sogar schon eine Idee oder wir haben für ein Video eine Idee, vielleicht habt ihr eine Lust, daraus auch eine Kampagne mit anderen Creators zu machen oder, oder, oder. Also so eine Proaktivität ist sehr gerne gesehen und dann eben dieses Ideenreichtum, was dazu kommt. Also wenn wir jetzt sagen, das ist zum Beispiel das Briefing, was denkt ihr euch dazu und dann halt nicht nur so eine halbe Antwort kommt, sondern vielleicht das ernst genommen wird und gesagt wird, gib mir mal fünf Minuten oder anderthalb Tage, ich mache mir mal richtig Gedanken dazu und dann komme ich mit einer richtigen Aufstellung ran. Also Chefs Kiss, wenn mir was passiert. Ja, genau. Also wirklich die, auch wenn jemand eine Erklärung geben kann, warum er sich für eine Idee entschieden hat, versteht auch, okay, ich nehme jetzt die Brandperspektive ein, habe darauf geachtet, aber ich achte auch darauf, dass es zur Community passt, also wie binde ich das ein, eine bestimmte Professionalität vom Creator mit ausgeht und eben verstanden wird, okay, jetzt muss ich mir wahrscheinlich mal richtig Mühe geben als Creator und muss aber auch offen sein, zum Beispiel für die Brand, zur Integration, wie kann das funktionieren. Also wenn man wirklich sich als Creator, als Teil dieser Kampagne fühlt und als Teil des Erfolges wahrnimmt, dann ist das etwas, was ich sehr, sehr wertschätze und das macht mich richtig happy. Okay, okay. Ach, super, super. Du hast gerade ein paar Tipps rausgehauen, das hat noch keiner bis jetzt in diesem Podcast in den letzten Folgen erwähnt. Hammer. Also super wertvolle Tipps. Gibt es auch ein paar No-Go's, die auf gar keinen Fall passieren sollten, wenn man möchte, dass man als Influencerin nochmal gebucht werden möchte von demselben Kunden oder Agentur? Ja, ich glaube, es gibt so Verhaltensweisen, wie zum Beispiel sich nicht ans Briefing halten oder Sachen, die man eben nachlesen kann. Also so Schlutrigkeitsfehler, würde ich sie nennen. Also wirklich, wenn man einfach ungenau ist oder unbegründete Preissteigerungen, das kennt man auch. Man hat jetzt mit dem Creator zusammengearbeitet, plötzlich für die nächste Kooperation ist der Preis doppelt so hoch ohne Begründung. Also solche Sachen, wenn da eine wirklich gescheite Begründung zukommt, wenn ich die Letzte, die dann sagt, okay, das hat keine Hand und Fuß und das sehen wir nicht, aber No-Go wäre auf jeden Fall, dann halt gleich entweder mit dem nächsten Konkurrenten eine Kooperation zu machen oder halt in Gesprächen mitnehmen oder jemand anderen zu machen. Also da ist jemand für mich sofort raus und auch jemand, der, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen krümelkackerig ist. Also wir sind schon bereit, eben viel Offenheit mitzubringen und auch dem Unternehmen gegenüber so viel Freiheit wie möglich zu gewähren, aber das ist dann schon wichtig, dass das auch wertgeschätzt wird von der anderen Seite. Wir versuchen da eine Brücke zu bauen und es ist schade, wenn einer von beiden Seiten das versucht einzureißen. Das ist dann ein bisschen doof, genau. Wie entsteht eigentlich bei euch eine Werbekampagne und wie bindet ihr da die Influencerinnen ein in dem Prozess? Boah, das ist unterschiedlich. Also meistens kommt ja die Anfrage erstmal von dem Unternehmen. Wir gehen jetzt davon aus, dass es kein Retainer ist, also dass wir nicht mit dem Kunden schon ewig zusammenarbeiten, weil dann ist es meistens klar. Also wir haben eine Anfrage und dann stecken wir das genaue Ziel ab. Was will diese Brand eigentlich erreichen? Manchmal kommt es auch zu einem Workshop oder zur Beratungssession, je nachdem, was halt gebraucht wird und um dann wirklich ein spezifisches, gutes Angebot für die zu machen. Wenn wir merken, okay, wie kommen wir eigentlich an das Ziel, was ihr erreichen wird? Sind Influencer das richtige Mittel dafür? Wenn ja, dann überlegen wir uns, okay, welche Creator, in welchem Rahmen, für welches Budget, was habt ihr für Möglichkeiten? Also wir überlegen uns, was ist das Ziel? Wir sind Influencer das richtige Mittel dafür. Manchmal sind es ja auch interne Creator, also Leute von Inhouse, die wir dann eben weiterentwickeln. Aber ganz oft sind es halt auch wirklich Creator, die schon ein bestimmtes Skillset mitbringen, die eine bestimmte Reichweite, eine bestimmte Community-Stärke mitbringen oder auch für etwas Bestimmtes stehen, wie zum Beispiel, das ist Jay, der einfach für Technik auf TikTok steht, wo wir sagen, okay, das ist jetzt so ein, ich sage mal, Prestige, den wollen wir eigentlich auch das Symbol, der symbolisch, Symbolhaftigkeit halber haben. Ja. Okay, okay. Ein wichtiger Punkt ist ja die Bezahlung. Nach welchen Kriterien bemisst ihr eigentlich die Gage für Influencerinnen? Ja, also unterschiedlich. Es gibt ja Marktpreise für Creator und auch für bestimmte Plattformen. Also beispielsweise ist es unterschiedlich. Bei Instagram kommt es darauf an, wie groß ist der Creator. Ganz oft geht es da um Follower-Schaft, auch um echte Follower-Schaft. Bei YouTube auch um die Größe, die Menge der Subscriber, auch die Länge des Videos, die Art der Einbindung. Bei Twitch auch. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Zeige ich das jetzt in meinem Livestream als Banner oder hinterlege ich das in meinem Profil? Das ist unterschiedliche Arten und Weisen. Und bei TikTok kann ich auf jeden Fall sagen, dass es so Marktpreise gibt und man spricht auch vom TKP oder CPM. Also wie viel kostet mich das, wenn ich tausend Leute, sag ich mal, das Video anzeigen lasse? Ja. Und da schwankt der Preis, ich sag mal, bei den Top-Creatoren auf TikTok ist das so zwischen 12 und 18 Euro im Augenblick. Sag ich mal, für MediCore, mittlere Creator sind das so 8 bis 12 Euro, würde ich sagen. da drunter ist halt das schwer, eine richtige Datenmenge zu kommen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, gibt es ein Management dazu, dann gibt es noch Buyouts, das heißt, die Rechte daran zu kaufen, Werbung darauf zu schalten und generell die Aussendungsrechte quasi. Genau. Die können auch nochmal anders verrechnet werden. Das heißt, die Vergütung bemisst sich natürlich darum, wie groß ist diese Person oder wie ist die Reichweite, wie ist wirklich der Tausender Kontaktpreis, ist der Marktwert, aber auch eben Preise des Managements müssen da berücksichtigt werden und ganz wichtig ist natürlich auch die Performance und die Wichtigkeit oder sag ich mal, die Akkuratheit des Brandfits. Also ist die Person jetzt jemand, der ein ganz cleanes Brandimage hat, sind wir natürlich auch bereit, mehr zu zahlen oder halt fordern wir mehr Geld als Artist Management. Okay. Und das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Nische an. Also Finanzen zum Beispiel werden in der besten, also Creator, die im Finanzbereich sind, werden in der Regel besser bezahlt als ich sag ich mal, klassische Storyteller oder Entertainer, weil da auch der Markt einfach gesättigter ist an guten Entertainern. Ja. Und dieser TKP-Preis, wird der berechnet anhand der Followerzahlen oder den tatsächlichen Views beziehungsweise Impressions, die eben die Statistiken dann am Ende des Tages zeigen? Oder nach anderen Kriterien, die in Tausende gemessen werden? Das ist tatsächlich ein Marktpreis, der vom Markt auch mehr oder weniger evaluiert wird. Wie viel ist es einem wirklich wert, als Unternehmen dafür zu zahlen? Ja. Es ist aber der tatsächliche Preis, also die Berechnungsgrundlage, die Berechnungsgrundlage ist TKP und wir berechnen mit Median. Wir gehen nicht von der Größe des Creators aus, sondern wir rechnen von Median, also auch nicht vom Durchschnittswert. Und was ist der Median und was richtet sich der Median an den Impressions der... Die Views der Videos, genau. Also wir schauen uns die letzten 15 Videos an, nehmen die größte und den kleinsten Wert raus und berechnen da auf Grundlage dessen den Median und können mit dem TKP ungefähr abschätzen, wie teuer ist ein Creator. Also Beispiel, ein Creator hat eine Media von, ich sag mal jetzt mal, das ist ein großer Creator, 300.000 Views pro TikTok-Video. Das ist schon richtig, richtig viel. Okay. Und der hat ein TKP von 15 Euro, dann wird da ein Video wahrscheinlich nicht unter 8.000 Euro kosten. Okay. Ja. Ein einzelner dann. Und das heißt, das heißt aber auch, wenn ihr jetzt noch mehr Impressions generiert, ja, weil es irgendwie viral geht oder viraler als sonst, dann kriegt ihr nicht mehr, sondern das ist einfach nur das, was ihr da ausgehandelt habt eben für das Video. Genau. Also manchmal, wenn wir sagen, okay, aus strategischer Sicht, es ist richtig gut, den Creator an uns zu binden als Brand, versuchen wir dann schon damit zu arbeiten, okay, vielleicht kriegt die Person, aber das ist wirklich ein Einzelfall, vielleicht, sag ich mal, entweder eine neue Kooperation für die nächste Kampagne und dann gibt es halt einen kleinen Rabatt oder wir sagen, ich sage mal, wir zahlen einen kleinen Bonus aus, aber das ist halt wirklich, wenn wir merken, okay, extrem überperformt, extrem die extra Meile gegangen. Das ist aber auch nicht üblich. Das macht, ich glaube, da sind wir schon ziemlich unik als Agentur, dass wir das manchmal mit auf dem Schirm haben und überlegen, ob wir das machen können und ob es natürlich für den Brand auch in Ordnung ist. Ja, und du hast vorhin so von Midrange-Influencerin gesprochen, was sind das? Also, was kann man sich für eine Größe auf TikTok vorstellen? Also, ich finde, persönlich, von der Followerschaft ist es schwer einzuschätzen, weil das extrem volatil ist. Du kannst eine Million Followerschaft haben, aber deine Videos kriegen 10.000 Views oder du hast 600.000 Follower, aber deine Videos gehen so viral, du hast eine Million Views. Also, das ist immer schwierig, aber ich würde sagen, alles über eine Million ist schon sehr groß oder nahezu eine Million ist schon sehr groß und die meisten davon kenne ich auch aus dem Kopf. Das heißt, es ist wirklich so ein Repertoire an Leuten, die man dann irgendwann kennt, sag ich mal, und alles zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 400.000 bis 800.000, das ist so Medium und dann gibt es nochmal eine Aufsplittung so bis 400.000, so 130.000, 150.000 bis 400.000, das ist auch nochmal eine Sparte und dann darunter sind wirklich kleine Creator, auch wenn man sich so denkt, hä, 80.000 Follower, das muss doch richtig viel sein. Ja. Das ist auch nicht schlecht, aber das geht halt bei, das kann man nicht vergleichen mit den Zahlen von Instagram. Dadurch, dass Instagram uns so ein bestimmte, ich sag mal, so einen bestimmten Pegel gegeben hat, was ist ein großer Influencer und was nicht, das Ding, die gleiche Schablone dürfen wir nicht für TikTok nutzen. Okay. Hast du denn Richtwerte vielleicht für YouTube und für Instagram? Jein, also für YouTube fällt es mir deutlich schwerer, weil hier müsste man auch wieder unterscheiden, sind das jetzt Leute, die nur mit Shorts gestartet sind oder auch Longform machen? Ja. Ich würde sagen, bei Longform ist alles über 50.000 schon ganz, also schon groß. Und vom Preislichen her, so ein TKP-Preis meine ich. Ja, ach, super unterschiedlich, also das ist richtig schwer. Ich glaube, da ist es noch TikTok am einfachsten, einen Überblick zu behalten, weil Instagram als auch YouTube hatten die Zeit, sich länger zu professionalisieren und waren so die Königsherren, sag ich mal. bitte nicht drauf festnageln mit 10.000 Ausrufezeichen, aber ich kenne den Preis von einem YouTuber, der so 100.000 Follower ungefähr hat und der hat ein TKP von 80 Euro. Also, es ist schon deutlich höher. Aber da kommt es wirklich darauf an, welche Nische ist das und so. Und das hat viel extremere Auswirkungen, als es auf TikTok der Fall ist. Und bei Instagram ist der TKP auch total unterschiedlich, weil Instagram Story ist ein anderer TKP als ein Posting. Und da bin ich lieber vorsichtig und habe die Finger davon, weil Beauty wird zum Beispiel anders bezahlt, als auch hier wieder Finanzen. Und da sprechen wir wirklich unterschiedlich von über 100 Euro in einem TKP-Unterschied. Und da bin ich dann wirklich vorsichtig und würde sagen, so 80 Euro TKP, darunter würde ich bei einem durchschnittlichen Creator erstmal nicht rechnen. Okay, okay. Und weil du vorhin auch von der Größe der Content Creatorin gesprochen hast, also sprich 50.000 auf YouTube sind schon ganz gut. Also da beginnt so der Mid-Trade-Influencer oder ist das schon ein richtig guter Influencer mit 50.000? Also 50.000 ist schon der Übergang zu wirklich gut oder größer. Also das Verhältnis, wo ich sagen würde, bei TikTok, das wäre so die Sparte zwischen 800 und eine Million Follower. So würde ich das vergleichen. Aber hey, das ist wirklich so mein Bauchgefühl und das ist so meine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Nischen, wie zum Beispiel Fitnessnische, ganz anders funktioniert, weil die da einfach andere Metriken haben, weil wir erinnern uns an diesen Boom 2015 bis 2018 mit den Fitness-Influencern. Da war es ganz anders und leichter, eine Reichweite aufzubauen. Das würde wahrscheinlich ganz anders funktionieren, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, über Bücher spreche oder so. Ja, ja. Okay. Super. Mensch, mega Einblicke. Noch eine letzte Frage zur Influencer-Branche, mal aus der Vogelperspektive. Siehst du da irgendwelche Trends auf uns zukommen, auf die wir Content-CreatorInnen, InfluencerInnen jetzt uns vorbereiten sollten? Das sollten wir mitnehmen? Auf jeden Fall. Also, 1916 ist eine strukturelle Entwicklung, darüber haben wir heute geredet. Das ist nicht zu verkennen. Man sollte sich zumindest damit auseinandersetzen, wie positioniere ich mich als Creator. Wirtschaftskrise, das kommt bei vielen gerade auch bei Creatoren gerade auf einen zu. Das spüren die meisten auch. Die Leute, die es noch nicht gespürt haben, sollten sich zumindest innerlich darauf vorbereiten, dass es ein Thema sein kann. Virtuelle Influencer wird auch ein Thema. Wer sich da mehr mit auseinandersetzen kann, ich bin da nicht ganz so tief im Thema drin. Dr. Theo Farm ist da ein guter Ansprechpartner. Der hat auch mehrere Podcasts dazu gegeben, kann man sich gerne anhören. Große Empfehlung. Okay. Und LinkedIn tatsächlich, glaube ich, es kommen immer mehr Business-Influencer und immer mehr Corporate-Influencer. Das heißt, auch da werden Influencer und Creator von den anderen Plattformen, sehe ich dort, die dort auch schon Reichweiten haben, die dort auch so Business-Cases vorstellen. Das sehe ich immer mehr. Und Chat-GPD, also auch mit hinsichtlich virtuelle Influencer, ist die Frage, wie sehr wird uns das beeinflussen? Sind das die, sind das künstliche Intelligenzen dann die, die für uns die Skripte schreiben und für die Creator die Skripte schreiben? Das könnte noch spannend werden. Was anderes, was ich auch noch beobachte, ist das Verschmelzen von Journalisten und Influencern. Also wenn ich da jetzt so an Fabian Krischkart denke oder Luisa Dellert, da könnte man sich fragen, wo ist da wirklich die Grenze? Das ist ein großes Thema gerade. Da entwickeln wir uns sehr stark hin, Verschmelzen von Influencern, Politik, Journalisten. Und dann last but not least würde ich sagen, Creator-Produkte, also Creator-Economy. Das geht immer mehr dahin, dass Creator wirklich eine Macht und eine Power haben. Demokratisierung von Reichweite wäre hier so das Stichwort. Durch die Wirtschaftskrise wird es wahrscheinlich ein bisschen verhaltener sein, als es sonst der Fall wäre, aber ich sehe da ganz viele Produkte und Brands und Businesses aus dem Boden stampfen durch Creator. Also es ist gar nicht so, dass Unternehmen auf die Creator zukommen, sondern dass sie ihre eigenen Unternehmen gründen. Ja, ja, ja. Okay, super spannend. Demokratisierung von Reichweite, was meinst du damit? Dass sich Unternehmen nicht mehr heraussuchen, mit welchen Creatoren sie zusammenarbeiten wollen, sondern weiß besser, dass Creator sagen, mit der Brand will ich zusammenarbeiten. Das heißt, diese, ich sage mal, die Power wechselt so vom Unternehmen zum Creator hin. Ah, das ist ja spannend. Okay, okay. Christine, vielen lieben Dank für die bisherigen Fragen. Ich hätte noch zwei persönliche und dann wären wir eigentlich schon zum Schluss angekommen. Welche Themen beschäftigen dich denn als Creative Strategist aktuell und wo informierst du dich? Ich beschäftige mich sehr viel mit, was passiert eigentlich gerade so in der Branche und was passiert eigentlich mit der Generation Z und Generation Alpha. Das beschäftigt mich viel. Da bin ich in ein paar Newslettern eingetragen und so. Hör mir aber vor allem an, was andere Experten dazu sagen und versuche da wirklich den Austausch aufrecht zu erhalten. Ganz viel mit meinem Kollegen Magnus, aber auch mit Adil und unterhalte ich mich viel darüber und schaue wirklich zum Beispiel auch, wie werden Creator-Produkte gemacht? Welche Geschichten werden da erzählt? Da brenne ich schon für, um zu verstehen, was passiert quasi auf dem Markt und verstehe auch immer mehr so die Wichtigkeit von User-Generated Content, also ganz kleine Creator sozusagen und ich schaue natürlich auch darauf, wie sich Plattformen verändern. Also sage ich mal, Stichwort YouTube, YouTube Shorts, was passiert eigentlich mit der Wichtigkeit oder der Bedeutung von einem Subscriber und damit auch von einem TKP auf YouTube, wenn es plötzlich so einfach ist, Subscriber zu gewinnen. Also disruptiert das eigentlich das System von YouTube, wie wir es kennen und Livestreaming. Ich beobachte ganz doll das Thema Livestreaming, also Twitch wird auf jeden Fall noch ein großes Thema in der Zukunft, denke ich. Okay, okay, alles klar. Und wie geht es jetzt weiter mit dir? Was sind deine nächsten Ziele oder vielleicht die auch von WeCreate? Die von WeCreate, boah, wir arbeiten an so vielen Stellen, das ist voll schwer zusammenzufassen, aber so viel kann ich glaube ich schon verraten. Wir versuchen immer super innovativ zu sein und mit bei den neuen Trends mit vorne dabei zu sein. So viel werde ich auf jeden Fall sagen. Ich denke, da geht es vor allem so in Richtung, was geht da eigentlich mit der künstlichen Intelligenz da, was kann man da so machen? Und für mich persönlich geht es vielmehr in das Thema strategische Markenaufstellung, wie groß sollte der Bereich für Brands sein, wie groß sollte man sich wirklich 9 zu 16 vornehmen und ist das wirklich nur noch, ist das ein Format der jungen Generation, weil das ist jetzt auch bei meinen Großeltern angekommen und müssen wir uns jetzt nicht irgendwie anders aufstellen und ja, wie sieht sozusagen die Plattformlandschaft und die Formatlandschaft aus, wenn wir jetzt plötzlich auch die Gen Y oder die Gen X erreichen wollen oder auch die Boomer, das beschäftigt mich viel. Okay. Hast du noch letzte Worte an die Influencer-Community? Erstens vielen lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt oder vielleicht in einem oder einem Kommentar freue ich mich, wenn wir uns connecten auf LinkedIn einfach, Christine Gasker eingeben, Nachricht durchschließen oder wenn euch das lieber ist, was ich mir auch vorstellen kann auf Instagram, da heiße ich genauso, da freue ich mich auf den Austausch und ich danke dir für die tollen Fragen und wenn du natürlich auch noch was zu ätten hast, dann feel free. Also vielen lieben Dank, Christine, also hat mir super wahnsinnig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde es fantastisch, wie viel Energie du in dir hast und dass du da so voller Herzblut hinter deiner Sache her bist, also mach weiter so und danke dir für die fantastischen Inszenen, das waren echt krasse Inhalte, die du da jetzt gerade mit unserer Community geteilt hast, da kann man echt was mitnehmen und darauf was aufbauen, so als Content Creator. Also vielen lieben Dank nochmal und alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Freut mich, danke schön. Tschüss. Also ciao.